aus der ganzen Welt nach Niederösterreich eingeladen. Beim Ostfest Musikfest war ja die Grundidee, dass speziell junge musikalische Kräfte aus dem Osten die Gelegenheit haben, vor Publikum zu zeigen, was sie können. Ich habe 1980 in Moskau mit Stipendium studieren dürfen und ich wollte unbedingt an den Menschen helfen und sich vor den eisernen Vorhang bringen. Und das Traurige ist halt, dass es jetzt wieder schwierig wird. Ja, auch natürlich in erster Linie momentan leiden die Ukrainer. Ich war seit einem Jahr nicht in der Ukraine, in Kiew. Und manchmal sehe ich dieses Land in meinen Träumen. Es gab ein sehr interessantes, kulturelles und musikalisches Leben dort. Es ist traurig. Ich habe mich dafür entschieden und ich versuche meinem Sohn ein normales Leben zu ermöglichen. Ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, dass er mit mir zur Arbeit geht. Deswegen gehe ich vorher und nach einem Konzert auf den Spielplatz. Aber ja, es ist nicht immer leicht. Ich liebe meine Familie und deswegen schaffe ich das alles. Und ich liebe cupboard. Ich liebe Christian.